Grundsätzlich würde ich gerne die Verbände, so wichtig sie sind, denn sie sind so ein bisschen das Dach, in dem wir uns wiederfinden, in dem wir uns austauschen können oder unter dem wir uns austauschen können, würde ich aber trotzdem gerne die Verbände noch etwas stärker in die Pflicht nehmen, dass sie hier auch eine gestaltende Rolle übernehmen. Sie sind in vielen Fällen gut aufgestellt, aber gerade bei diesen neuen Themen vielleicht auch mal zu versuchen, das Gemeinsame zu finden und nicht nur die einzelnen Interessen stehen zu lassen.